Vamos Freunde und Willkommen zurück zu TTT und heute auf einer neuen Slendermap und natürlich wieder mit den alten Chaoten. Hallo! So, ähm, neue Slender heißt, äh, ja, Slender halt. Ja, Slender, nur diesmal ein bisschen originaler im Wald, wie ihr seht. Also kann man lassen. Ah. Sieht gut aus. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Also da oben steht unser Mr. Slender. Das ist so cool. Also hier ein bisschen fetter, ne? Im normalen Spiel ist er größer und hier ist er fetter. Ja. Schön, dass du ihn beleidigen musst. Er hat vielleicht auch Gefühle, aber okay. Ja, das glaube ich ja weniger. Gefühle, was ist das? Gefühle, was kenn ich nicht? Hab ich noch nie gehört. In mir völlig neu. Das passt natürlich jetzt auch ganz gut, weil ich ja auch gerade mein schönes Slender Arrival hab, ja. Da bin ich natürlich da voll im Slender Feeling, ne? Wer es noch nicht angeschaut hat, auf jeden Fall mal reinschauen, lohnt sich. Du musst wirklich sagen, manchmal hat man wirklich recht erschreckende Szenen mit dabei, ne? Ja, das war nicht ohne, ne? Ja. Das ist unser guter Mr. Slender. Das ist unser guter Mr. Blatter. Wenn du schon so dämlich fragst, würde ich sagen, du. Ja, Kill, okay. Das war schon guter Mr. Battle. Was ist? Ich sehe dich ständig an mir vorbei. Jetzt schon wieder. Ah, Slender, ich bin in einem Raum, ich bin in irgendeinem Raum. Ja, da kriegst du dämlich und stirbst. Ah, kacke. Nee. Kann man da gar nicht raus? Keine Chance. Nee. Ah, okay. Bist du tot? Ja. Finde ich ein bisschen dämlich. Also, ihr wisst ja, oder was heißt, ihr wisst ja, gut gesagt. Nee, also, es gibt hier so einen Slender. Nee, 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 nee. Der taucht ab und zu mal auf und der gibt dir dann Schaden, also da hast du meistens nur noch 18 oder er nimmt dich in diesen Raum mit und da bist du dann gleich tot, also. Wie ich einfach nicht verstehe, wenn ich schieße. Nee. Am guten, ne? Danke. Brauche auch mal eine tägliche Nahrung. Na, hör mal. Ich trau mir jetzt gar nicht mehr da in den Raum rauszugehen. Au! Wo ist der? Wo ist der? Iiii! Ich bin in den Raum, ich bin in den Raum, ich bin in den Raum. Yay! Ich bin in den Scheißraum. Dann stirbst du ja erst, wenn die Runde schon losgeht, dann spawnst du ja nicht mehr. Doch, ich bin ja gespawnt. Aber eben, mir geht's gut. Boah, erschreckt mich nicht, Steve, Alter. Boah. Wie du mich... Dein Ernst? Weißt du da rein schieben? Ja, warte, schieb mal rein. Hauptsache... Hauptsache... Hey, hey. Was macht ihr denn? Wer hat geschossen? Warte, du bist noch da. Hallo! Sorry, 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 sorry. Sorry, nein, ich... Sorry, 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 sorry. Weil ich hab nur so eine. Ich hab mich voll geschossen, weil... Also, ich bin jetzt bei diesem... Äh... Ja, es ist drinne! Oh, Leute, ich wurde zurückgeschossen. Öhm, noch ein bisschen! Kurze Orientierung, ich bin bei dem Laster, ne, so. Komm ich hier nicht mal raus, danke, Hilfe. Ah! Ja, hallo! Junge, erschreckt mich nicht. Es verschönte Götter, aber... Da kann man diese... In einer eigentlich... Hallo! Ja, genau, wer war einfach eine... Verbrennende... Au! Guck mir weh. Wer hat eine Brände geworfen. Na, du? Neben euch. Du anscheinend. Du bist aber eben gerade gekommen. Vorsicht, der ist hinter dir, gell? Der Nico. Ich weiß, dass er da steht. Au! Mann! Eklig! Ja, genau, schieß einfach. Pass schon. Es ist... Eindeutig. Bist du? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist jetzt tot von euch. Danke. Danke für eure Info. Wow! Da ist er schon wieder! Alter! Au, 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 au! Wow! Fast tot. Hallo, wer lebt denn noch? Guck, guck. Steve. Nico. Ey! Theoretisch, immer wenn du damage kriegst, müsste ich nur irgendwo umdrehen, dann ist er da. Feier, nur durch ihn damage kriegt. Was hat mich jetzt wirklich mal interessiert, wer meinen sieht? Ja, was hast du denn gekillt, Mann? Wo? Wo? Xa. Was, Mark, war? Ja. Alter. Warum hast du dann mich abgeschossen, Nico? Weil irgendwas mich angehittet hat, aber es warst nicht du. Das war locker Slender, Mann. Ja, aber mich hat auch was angehittet. Ja, ich hab bis auf 18 live runter, weil ich die ganze Zeit von Slender angegriffen wurde. Ich hab einen andauernd gesehen. Jedes Mal seh ich den. Hm. Das hat der Nico echt taktisch gut gemacht, dass er einfach nichts gesagt hat. Dadurch wusstest du halt auch nichts, also ob ich jetzt tot bin oder ob er oder... Ja, das Problem ist halt, ähm, ja, man ist halt dann nur noch alleine, ne? Man ist eben aufgeschmissen. Das ist ne Kackwaffe. Die ist genauso scheiße. Wieso hab ich jetzt die Errorwaffe? Ich bin keine Waffe. Hä? Ich bin ne keine Waffe. Ich hab nur Errorwaffen und die bringen mir nicht viel. Ey, ich bin... Ja, hey Leute, ich kann sagen, dass ich Traitor bin und der Slender mich wieder in den Raum. Ehrlich? Ja. Beide mal Traitor. Ich nehm die Chiat-Bombe, ich sterb. Selber. Alter, Alter! Bumm. Ich mag das mal. Ja, Alter! Da kommt auf die Idee, Alter! So, da kann man es nochmal... Ja, ganz ehrlich, ich bin das jetzt schon ein bisschen schade. Ich weiß, es ist das zweite Mal Traitor und wieder. Ja, dann lauf von Slender weg, du sollst es nicht zu ihnen hinlaufen. Nur wenn du zu ihnen hinläufst, dann schleppt er hier den Raum. Habe ich ihn nicht mal gesehen. Also... Das ist ja nicht so... Dann bist du uns nicht so gut mit dem Slender befreundet. Wir alle kämpfen noch gegen eine höhere Macht. Ah, die WEP hat schon so ein paar Sachen an sich, ne? Ja, Slender, die Arrival. Jetzt mag er mich nicht mehr. Da hast du nur Kanjabi-Ding gemacht. Boah, ich mag diesen Typ nicht, der da irgendwie durchs Hohlgras gelaufen ist. Ja, ich nenn ihn immer der Blaue Zwerg. Aber das seht ihr ja alles noch. Ist richtig pervers. Ja, ich bin Traitor. Warum? Das glaube ich ihm sogar. Ey, ich krieg schon wieder Schaden. Au, ich auch! Au, wo ist der? Ja. Chor, einfach grundlos. Fuck! Okay, sorry. Das war echt scheiße. Ja, einfach angreifen. Okay, okay, obwohl ich... Also wenn ich nächste Runde Traitor bin oder nicht, ist mega kill mich einfach. Ich war gerade irgendwie total trigger-happy. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wenn einer den Stand lassen zieht, sehen wir alle in der Ecke. Weil ich hab auch Damage von dem Typen bekommen. Die ist meine Leiche und die gegenpasst schon. Die vier, komm. Mach. Mach's kurz und schmerzlos. Äh! Du nicht. Äh! Wo sei denn? Der Säcke laufen, der mag ich nicht. Die wollen. Ah, die Waffe bringt mir auch so viel, man. Jetzt kommen auch mich alle. Na jetzt doch noch nicht. Heiß bringt mir diese Waffe. Heiß. Enno. Enno. Ja, ich bin schon wieder so eine Old Trader-Sau. Dann war wieder gleich tot. Wenn Spurli was machst. Wo? Ja, ich bin... Der ist da irgendwo. Also rem bitte nicht dahinter. Wenn ich hier jetzt durchgehe, ist er eh gleich wieder vor mir. Oh, ne. Ausnahmsweise nicht. Wir müssen locker mal in diesem kleinen Tunnel sein. Der hier einfach irgendwo... Also der hier einfach mal ist. Jo, hauptsache irgendeinen Sound raushauen, ne. Achso, ich will mich wirklich fragen, ob man dann auch oben, aber trotzdem oben steht, wenn den jemand sieht. Soll ich hier jetzt wirklich zu gern wissen. Das sind ja alle taktisch dämlich, nicht zu gern. Was los? Wie war ich alleine? Wie war ich? Achso, die Error-Wars. Error-Wars. Smoke-Grenade. Ich weiß es auch nicht. Smoke-Grenade, hui! Wow. Hauptsache, du hast einfach eine raus, passt. Nico? Ja. Sorry, ich bin ein bisschen ruhiger, weil ich es kann. Ja, das hört man. Ja. Er interessiert mich wirklich, ob man ihn nach oben sieht, wenn man ihn hier irgendwo sieht. Zwei Minuten 40. Ähm, und irgendwann sollte der... DIV! Was? DIV schießt. DIV schießt, Nico. Nico, Nico, lebt's noch. Alter. Oh, Mann! Ehrlich jetzt? Alter, du hast dich wieder schön entlarvt. Danke dafür. Das ist eindeutig du, ich kann's doch du sein, nur. Scheiße. Ja, was war eine gute Taktik, oder? Ich wusste nicht, dass er noch lebte. Ey, Leute, aber immer zugeben, die Taktik war echt gut. Ja. Ey, Leute, guck mal da oben bei dem Slender, da steht irgendeine Nachricht. XG-Benny's... Das ist der Macher von der Map. Ja, okay. Das ist so jetzt kacke, weil ich wusste, ich dachte jetzt wirklich, dass einer von euch tot wäre und dann kannst du noch der sein und dann... Oh, Mann. Gemein. Hast du die Schockgarnschüssel gehört? Ja. Naja, das Radio ist schon echt geil. Radio? Mhm. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Risslich. Ich hätte Locker auch gewonnen, nur ich hatte die falsche Waffe. War wieder jetzt durch. Wow! Der verschwindet, der verschwindet oben, wenn er... Der verschwindet dann oben. Echt? Wenn er den Slender oben nicht sieht, dann ist er weg. Ja, ist er wieder oben. Ist er gerade hochgegangen. Die Bestreter übrigens. Steht hier. Da steht die ganz dick und fett, ne? M-Marc, du bist so ein Traitor. Hauptsache, den falschen killen. Hauptsache, den falschen killen. Wie vielfältig bist du eigentlich? Was für ein Idiot bist du eigentlich? Hauptsache, du killst den falschen. Ich habe einfach draufgehalten. Wie kann man echt so ein Spasti sein? Wie kann man einfach den falschen killen? Ich habe einfach draufgehalten. Ja, aber du hast Barthor Plays in der Art Butthil, weißt du? Ich teile mich mit B. Ich habe einfach draufgehalten. Schnauze, die Map ist vorbei. Also bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ich durfte ihn ja killen, ne? Hat er ja selbst so gesagt. Naja, egal. Servus, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.